hallo liebe modellbahnfreunde es ist vollbracht die anlage ist nun geschichte hier noch ein paar einzelteile hier hinten ist die wand die ging problemlos raus und das ist die zweite wand ja und hier stand sie dann moment ich drehe mich mal rum da war sie das boot das nehme ich jetzt noch in ruhe auseinander rest habe ich mich relativ beeilt das ist eben noch das bw das wird ja wieder verwendet die winkel hinten kommen noch ab die brauche ich nicht mehr wird alles zugegipst und wieder zugemalert ja also freunde heute ein super kurzes ding anlage ist weg 2018 angefangen 2020 zur corona zeit sage ich mal so weit fertig gewesen dann hier und da noch kleinigkeiten ja und jetzt innerhalb von weiß ich jetzt nicht vier wochen vier wochen sechs wochen weggerissen naja wegreißen geht eben schneller wie aufbauen war schon immer so aber es macht nichts ich freue mich auf den neustart und wenn es losgeht leute dann hört ihr wieder von mir ich wünsche euch einen schönen abend eine schöne zeit mit dem hobby und mit euren lieben und tschüss